Herzlich Willkommen bei Mr. iPhone Test. Der Kanal für Reviews, Unboxings, App-Tests und mehr. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Mr. iPhone Test. Heute habe ich ein kleines Unboxing. Und zwar ist dieses Paket hier gekommen. Das ist aus Österreich. Und ich denke mir das ist von X-Line. Aber zuerst machen wir das mal hier auf und dann sehen wir von wem das ist. Gut. Ich schneide hier mal die Kante auf. Gut. Ja. Das Ganze ist von X-Line, wie ihr hier seht. Es handelt sich um ein Dock. Ein Universal Dock. Ich lege das hier mal raus. Dann ist hier der Dock drin. Und hier noch ein Dock. Und noch eine kleine Broschüre. Dann ist das Ganze leer. Ich lege das mal auf die Seite. Also es handelt sich hier um zwei Docks. Und hier diese kleine Broschüre. Die schauen wir gleich mal hier schnell an. Hier sieht man wie das Ganze funktioniert. Hier bei diesem Heft sieht man wie das Ganze entwickelt wurde. Wie das auch funktioniert. Und wo man das Ganze erhält, denke ich mal. Gut. Dann tun wir schnell hier das Ganze anboxen. Ich nehme das schon mal schnell aus hier aus der Verpackung. Ich mache hier das Ganze auf. So. Das hat so Schweißverschlüsse. Gut. Das sollte reichen. Also, hier. Gut. Das sollte reichen. ich lege mal den anderen Dock auf die Seite hier ist der Inhalt vom ersten Paket hier der Dock hier noch Aufsätze und Rutschgummis ich will jetzt noch nichts dazu sagen wie das ganze funktioniert das seht ihr nämlich im Review aber wir tun uns noch schnell das andere Dock anschauen das sieht ähnlich aus ich kenne jetzt momentan nicht den Unterschied ob das nur an der Verpackung liegt ich würde sagen das ist dasselbe hier ist noch das Ladekabel dabei also für das Dock ja sieht eigentlich gleich aus vielleicht mache ich dazu ein Giveaway dann wenn das Review vollzogen ist also hier nochmal alles hier sind die Docks von denen gibt es ein Review nächste Woche oder diese Woche noch das weiß ich noch nicht also herzlichen Dank an X-Line die mir das gesponsert haben hier seht nochmal geht mal vorbei echt cool die Seite und diese Universal Dock ihr werdet noch sehen was man den alles gebrauchen kann und wie gut der eigentlich ist gut also wie immer in hier in der Beschreibung seht ihr noch die Links zu der Seite und wie immer heißt es abonnieren kommentieren eure Kritik und daumen nach oben wenn es euch gefallen hat Ciao bis zum nächsten Mal ich bin's Mr. Alphontest ich bin's Mr. Alphontest